Ja, im Großalltal gibt es einige Kraftplätze, wo man nach einer Wanderung angekommen richtig Kraft tanken kann. Viele sind auf den Gipfel um, originelle Gipfelkreuze eingeschlagen, wo der Blitz einmal eingeschlagen hat, Lärchen, Zirben. Aber ein ganz besonderer Kraftplatz ist der Kreuzweg von Maurer Schursch. Da gibt es fünf Kreuzwegstationen, eine Kapelle, einen Krippenbe. Ja, einfach wunderbar. Zu Maurer Schurschkreuzweg gehe ich mehrmals oder sehr oft im Jahr raus, weil ich immer wieder verspüre, dass ich da Kraft und Energie tanken kann.